Hallo meine Lieben und willkommen wieder zu einem neuen Video von mir hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Sorry, falls ich mich gerade so komisch anhöre, aber ich bin erst aufgewacht und ich dachte mir, jetzt muss ich einfach mal dieses Video hier drehen und zwar das Jahresrückblick zu 2022. Denn das sollte eigentlich ja zum Anfang des Monats kommen, aber kam ich bis jetzt noch nicht darauf. Aber ja, es wurde gerade so ein bisschen, ja, etwas verschoben, aber gut. Zumindest mache ich es jetzt so für euch und ich erzähle euch Jesura 2022 für mich oder ja gesagt für uns. Denn es hat sich jetzt vieles geändert, viel haben wir gemeinsam gemacht und erlebt. Und ja, ich dachte mir fasse ich es euch hier in einem Video dann ja auch zusammen. Ja, ich starte dann jetzt einfach auch mal mit dem Jahr 2022, was da so alles ja passiert ist. Erstmal im Januar. Anfang Januar ist schon ein bisschen das Geschenk, was ich so sagen kann, war unerwartet. Das war so ein bisschen geplant von meinem Bruder. Und zwar hat er da was organisiert, bevor wir es ja geplant hatten, nach Portugal zu gehen, also nach Madeira. Und zwar, dass ich mich mit meinem Vater mal wieder treffe. Und zwar bei ihm zu Hause zum Essen. Das war glaube ich am 3. oder 4. Januar noch vor meinem Geburtstag war es auf jeden Fall. Das habe ich noch ganz genau im Kopf. Ja, war ich bei meinem Bruder. Wir haben erstmal da so gegessen. Erstmal nur wir zwei. Weil mein Vater hat wohl schon davor gegessen gehabt. Er kam danach. Und ja, als er da war, war es schon so ein bisschen emotional. Weil, ja, man hat sich schon eine lange Zeit nicht gesehen gehabt. Vor allem, weil man gerade davor ja ein bisschen so Meinungsverschiedenheiten hatten. Und wir hatten uns dann auch nicht allzu sehr verstanden. Und uns dann auch gar nicht mehr so wirklich gesehen gehabt. Und ja, an dem Abend hat man sich dann echt so ausgesprochen gehabt. Mit den ganzen Sachen, die ja halt so davor passiert sind. Und sich dann auch dafür entschuldigt. Und ich dachte mir so, ja, es wurde auch irgendwie mal Zeit, dass es auch irgendwie dann so eingesehen wurde, was er gemacht hat. Und klar, ich hatte ja auch nicht so das beste Verhältnis zu ihm dann auch in dem Zeitpunkt davor natürlich. Und ja, wir hatten uns dann auch zum Glück dann jetzt auch, wie es es noch davor abgesprochen gab. Weil er wusste ja dann wohl von meinem Bruder, dass Chassi und ich ja vorhatten, ja nach Portugal zu gehen. Und er wollte mich dann davor dann ja auch noch sehen. Und dass wir uns dann natürlich auch versöhnen. Fand ich auch sehr, sehr schön. Und ja, so kam es dann auch dazu, dass wir auch jetzt auch noch eher den Kontakt haben. Also ja, finde ich auch noch sehr, sehr gut, wie es so auch dann noch passiert ist. Dass wir versuchen, uns auch dann noch weiterhin so zu verstehen und Kontakt beizubehalten. Ja, danach kam ja auch danach natürlich mein Geburtstag, der 23. Geburtstag. Und natürlich, was aber auch noch davor gewesen ist, haben uns, also ich und meine beste Freundin uns noch gesehen gehabt. Das ist ja auch noch immer das Schönste dabei, bevor man ja auch noch gegangen ist, dass ich sie auch noch irgendwie gesehen habe. Ja, weil sonst wäre es auch noch schwierig für mich, mich von ihr ja zu verabschieden. Und man war auch dann noch davor ja mit ihr zusammen im Kino. Und ja, es ist dann auch so das, was noch im Januar passiert ist. Dann so mit der Zeit im Januar, bevor der Monat vorbeigegangen ist, kamen so die ganzen Vorbereitungen, bevor man nach Madeira gegangen ist. Koffer packen, alles organisieren, was man braucht. Und ja, war schon so ein bisschen dann so die Zeit, in der man realisiert hat, dass man weggeht. Also, ja, dann auch noch natürlich der Abschied von der Familie. Es war natürlich auch ein bisschen sehr emotional. Vor allem mit der Familie von Schatzi, da ich ja gerade ja mehr so dieses Verhältnis zu denen habe, als irgendwie zu meiner Familie. war schon ein bisschen, ja, heavy gewesen. Aber ja, das war schwierig für uns beide. Dann kam dann auch natürlich, ja, die Zeit, in der man ja abgereist ist. Am 29. Januar sind wir abgereist. Und da konnten wir uns erstmal noch nicht realisieren, als wir dort angekommen sind, aus dem Flugzeug ausgestiegen sind. Und ja, dann dachten wir uns, okay, jetzt sind wir wirklich hier. Und vor allem, als man dann auch noch im Airbnb war, also schon krass. Genau, also das war so das, was schon so mal am Anfang letzten Jahres ja passiert ist. Dann kam ja auch noch zwei oder drei Tage danach, dann hatte Schatzi sozusagen ein Vorstellungsgespräch. Bei einer deutschen Firma, Fitnessfirma, so halt Kundenservice am Telefon und so. Ich war ja halt zwar auch mit dabei, sodass ich auch so mitgehört habe, was da so alles gemacht wird. Genau. Geplant war es ja eigentlich, ja dort nur drei Monate zu sein, falls irgendwie was nicht klappt oder sowas. Aber am Ende waren wir dann doch, ja, sechs Monate dort. Auch irgendwie vollkommen unerwartet. Wir waren ja bis zum Juli dort. Im Juli sind wir dann aber auch dann abgereist wieder hierher. Aber dort haben wir dann auch noch sehr viel erlebt. Man hat sich dort auch nach Jobs umgeschaut. Und ich hatte sozusagen auch ein Vorstellungsgespräch dort zu einem paraisischen Restaurant. Das war schon irgendwie. Das ist schwierig auch für mich, weil viele Wörter kenne ich ja auch noch nicht so in unserer Sprache. Und da ist dann auch so ein bisschen der Verständnis zu vielem noch nicht ganz so da. Aber ja, so diese Umgangssprache, sage ich jetzt mal. Oder auch so bestimmte Wörter, die man so oft ja nicht allzu sehr hört. Weil ja, man spricht ja sozusagen dieses einfache Portugiesisch, sage ich jetzt mal. Ja, war so ein bisschen schwierig. Aber ich hatte ja das Vorstellungsgespräch. Ich hatte auch einen Probearbeitstag am Abend natürlich. Weil die erst Leute gesucht haben für den Abend. Aber das ist dort, ja, wenn man ja immer erst nach Mitternacht nach Hause gehen kann, das ist schon ein bisschen schwierig. Und das wäre dann auch eigentlich ja nicht so wirklich was für mich. Da bin ich ja ganz ehrlich. Ja, man hat mich dann auch natürlich dann nicht so wenig angenommen. Weil ich hatte ja auch keine Erfahrung so in dem Bereich. Also ja, war es dann auch natürlich dann auch nicht so schlimm. In der Zeit hat man aber auch noch weiterhin nach Jobs geschaut gehabt. Ja, generell in Madeira war es sehr schwierig, weil es dort mehr so Touristen basiert ist. Und viel halt mehr damit ja auch zusammenhängt natürlich. Klar hätte man auch schauen können, ob man sich da vielleicht wie selbstständig machen kann. Aber ja, wäre auch trotzdem auch ein bisschen schwierig. Ja, nach einer Weile, weil ich ja auch dann dort noch nicht so gefunden hatte, hatte Chassis aber auch dann noch den Job bei der politischen Firma. Davor hatte er aber auch noch, ich meine deutsche Firma natürlich. Weil es ja Kundenservice auf Deutsch ist. Und ja, hatte er aber auch davor noch einen Job auf Englisch sozusagen. Aber es wäre dann im Nachhinein dann aber auch noch auf Deutsch. Aber er hat dann auf die deutsche Firma dort gewechselt. Und ja, nach einer Weile hat man dann auch noch dort nach einer Person gesucht, die so ein bisschen das Social Media ja bearbeitet. Und auch so ein bisschen die Sachen für die Chefs ja bearbeitet, also soviel als Assistentin. Ja, fand ich auch bis jetzt auch ganz cool der Job. Manchmal, ja, war es so ein bisschen so, dass nicht allzu viel hier zu tun war. Und klar saß man da auch meistens so in der Zeit. Aber zumindest war ich in der Nähe von Chassis. Es war irgendwie so das Schönste auch irgendwie dabei. Ja, danach war es dann halt so ein bisschen das Schwierige, dass ja so eine Wendung kam, dass ich sag mal so mich dann nicht mehr so wirklich wollte. Also man wollte mich dann dann nicht mehr. Man hatte dann auch in der Zeit dann da aber auch ein kleines Häuschen ja gehabt. Und ja, man hatte auch dann so die ganzen Möbel ja auch gekauft gehabt. Und man hatte sich dann auch schon so ein bisschen eingelegt gehabt, weil man hatte ja eigentlich ja schon die, ja geplant gehabt, klar drei Monate, um zu schauen, ob es wirklich klappt. Und dann hat es sich ja auch hinausgezogen, dass wir, ja, dort noch weitere drei Monate geblieben sind. Dann dachten wir so, ja, es klappt jetzt. Und wir wollen jetzt dann auch wirklich ja auch für immer dort bleiben. Aber dann, ja, war es dann so ein bisschen schwierig, nachdem wir dann, ja, die Wohnung oder beziehungsweise kleines Häuschen hatten und die ganzen Sachen ja auch eingekauft hatten, dann müssen wir die dann auch mittlerweile dann ja auch verkaufen. Weil, ja, dann war es dann zu dem Zeitpunkt, dass wir auch dann, ja, uns entschieden hatten, dann auch wieder zurückzukommen, weil es dann, ja, schwierig war, dann noch irgendwie was anderes zu finden, indem wir auch glücklich wären und indem wir sagen würden, das könnten wir auch für immer machen. dann, ja, so ging dann Mitte Juli, sind wir dann auch, ja, zurückgekommen. Man hat dann auch noch nicht allen gesagt gehabt, dass wir zurückkommen, sondern erstmal nur unseren Eltern. Ja, für die anderen Seite ist mehr so eine Überraschung sein, dass wir wieder zurück sind. Also, ja, dann kam ja sozusagen auch die Planung, dass wir auch zurückkommen. Das ging dann auch relativ noch easy, außer das mit dem Internet, weil dort ist so ein bisschen schwierig, wenn man das alles ja kündigt. Ja, aber es hat dann doch noch am Ende ganz gut geklappt. Ja, dann kam dann auch noch die Rückreise zurück hierher. Nach sechs Monaten mal Auszeit von hier. Also, ein komplett anderer Raum, wo man war, dass man es jetzt wieder verlassen würde. Vor allem auch noch die Insel. Es war so ganz anders als hier natürlich. Ja, was soll man machen? So war es dann halt eben. Ja, nachdem wir dann wieder hier waren in Deutschland, hat man sich dann wieder so sehr gesehen gehabt, unsere Familie und unsere Eltern natürlich. Das coolste war ja natürlich, dass wir jetzt den anderen ja wie eine Überraschung gemacht haben, dass wir wieder da sind, weil die wussten ja gar nichts, dass wir wieder hier kommen. Vor allem das Süße war ja eine Schwägerin, dass wir wieder da waren, für sie war es noch so unbeschreiblich, dass sie uns ja hier wieder sieht. das war ja ganz, ja, wie soll ich sagen, sehr sehr schön, aber auch sehr emotional für uns alle. Ja, und als wir dann auch wieder hier zurück waren, so in der Zeit, so im Juli, August, September. Ja, ich habe ja auch dann auch erst wieder bei Mama gelebt gehabt und da habe ich dann auch in der Zeit auch wieder nach Jobs geschaut gehabt. Aber ich habe dann auch wieder bei meiner alten Arbeit eingefragt gehabt, ob die wieder jemanden brauchten und ich habe da auch dann erst einmal auch wieder angefangen gehabt. Für eine Weile für so eineinhalb Monate, sage ich vielleicht mal so. Aber es wurde dann auch so ein bisschen schwierig und ich habe dann auch so mit der Situation auch nicht mehr so wirklich klarkommen. Also ich konnte damit auch nicht so wirklich klarkommen, weil die wollten, dass ich in der eine Station, also in der Stadt, wo wir jetzt gerade leben, dort wäre und auch noch woanders. Und das würde dann auch so eigentlich auch sehr viel ans Geld gehen. Also ja, habe ich dann im Endeffekt dann gesagt gehabt, das mache ich so dann nicht mehr mit. Also ja, habe ich dann dort auch meinen Schlussstrich gedacht, dass ich dann das auch nicht mehr mitmache natürlich. Ja, so in der Zeit gehabt habe ich mich dann auch dann woanders noch beworben gehabt und auch noch gleichzeitig ja noch schnell noch was anderes gefunden gehabt. Und da habe ich dann auch gesehen gehabt, das gefällt mir mal was ganz anderes. Nicht nur eine Sache, in der man fokussiert ist, in der man so die Arbeit legen kann. Ja, und so bin ich auch jetzt noch weiterhin ja auch natürlich bei dieser Arbeit. Tut mir leid, aber ja, dass viele reden, ist halt so. Ja, in dieser Arbeit bin ich auch jetzt gerade noch. Ja, zu dem was jetzt gerade so kommt, kann ich ja auch noch gleich noch erwähnen. Ja, so zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch Hilfe bekommen gehabt, dass ich mich ja dort bewerbe. Also das war sozusagen mein Schwiegervater, der mich dazu geleitet hat, dass ich mich dort bewerbe. Und ich fand es auch bis jetzt auch ganz gut, denn ich habe da auch so ein klein wenig die Verantwortung, denn man hat mir da sozusagen die Position gegeben, dass ich es auf und zu mache, je nachdem wie viele wir da auch sind. Es sind gerade so drei Stücke hier gerade. Und ja, so war es ganz neu so für mich, auch so an Arbeit. Aber mir gefällt es auch sozusagen, aber der Rest kommt ja auch noch gleich. Ja, so mit der Zeit wurde es dann auch so ein bisschen schwieriger. Nicht nur so arbeitstechnisch, sondern auch so zwischen mir und Schatzi. Aber ja, das war so ein bisschen so stressige Zeit, aber auch irgendwie so, wie soll man es sagen, man hätte sich vielleicht irgendwie fast getrennt. Aber auch, ja auch nicht, weil wir auch merken, dass wir irgendwie aneinander brauchen. Und so die Zeit, in die wir gerade davor hatten, war es ja auch schwierig, weil dann kam ja die Neuigkeit, dass wir ja eine Wohnung besichtigen konnten. Man hat ja auch so in der Zeit ja Wohnungen besichtigt gehabt, aber dann kam ja diese Wohnung hier, in der wir ja jetzt gerade sind. Ja, haben wir uns dann auch entschlossen gehabt, die ja zu bekommen. Oder eher gesagt, der Vermieter wollte ja, dass wir die bekommen. War auch sehr, sehr schön. Wir haben es ja auch wieder gleich angenommen gehabt. Dann kam ja auch die ganzen Renovierungsarbeiten in der Zeit, so im November war ja sozusagen Einzugszeit und bis zum 7. konnten wir das gut einrichten. Davor hatten wir ja auch noch hier jemanden, der alles so ein bisschen wie zerstört hat im Wohnzimmer. Aber zum Glück hat mein Vater das alles noch gerettet gehabt. Ich habe ihn ja auch dazu geholt gehabt, dass er uns dabei hilft. Auch da habe ich ihn dann auch dann wieder gesehen gehabt, nachdem wir dann wieder aufs Vortrag wieder da waren. War auch sehr, sehr schön, dass er auch gleich bereit war, hier uns zu helfen bei der Wohnung. Ja, finde ich auch sehr, sehr schön und sehr herzergreifend, dass er gleich für mich da war, als ich ihn gebraucht habe. Ja, also die Zeit war dann auch da so noch ein bisschen schwierig. Aber zum Glück konnten wir es irgendwie bewältigen und ja, ich bin Gott sei Dank froh, dass wir jetzt hier so zusammen wohnen. Denn wieder so auseinander zu leben, wäre ja auch irgendwie blöd, sag ich jetzt mal. Weil wenn wir ja schon sechs Monate in einem Raum ja alles ja gewohnt haben und so, wäre es ja blöd, wenn wir jetzt auch keine Wohnung hätten. Also bin ich jetzt Gott sei Dank froh, dass wir jetzt in einer Wohnung leben. Jetzt auch schon noch vorletzten Jahres, dass wir hier einziehen konnten, ist immer noch so ein bisschen unrealistisch. Ja, so bin ich auch näher an der Arbeit und ja, auch wenn es gerade bei der Arbeit noch relativ schwierig ist, weil ich noch nicht weiß, weil es gerade dort ein bisschen, ja, wie soll man es sagen, vieles nicht ganz richtig ist, was die machen. Aber auch, ja, allzu viel werde ich glaube ich noch nicht allzu sehr dazu sagen, weil ich sag mal so, es kommt, was kommen muss. Also wenn irgendwie was Neues für mich kommt, dann werde ich es auch machen. Vielleicht auch die Selbstständigkeit, wer weiß. Ja, ich bin gerade dabei, da ein bisschen was zu planen. Vielleicht kommt da was noch zum nächsten Zeitpunkt vielleicht mal. Ähm, ja, auch so jetzt gerade mit der Arbeit ist auch gerade sehr viel, ja, Überstunden. Da ist gerade nicht allzu vieles richtig, nicht nur für mich, auch noch für andere meiner Mitarbeiter, sag ich jetzt mal. Ja, man verdankt da von Oskar sehr, sehr viel. Ja, aber ich hoffe, dass man irgendwie noch in die richtige Richtung lenken kann. Falls nicht, habe ich ja noch andere Optionen offen, ne. Ähm, ja, an sich dann auch noch so. Bis jetzt hatte man auch noch Weihnachten ja zusammen. Ähm, ja, also. Also hatte man sehr schöne Feiertage auch noch hier bei uns zusammen. Auch noch mit der anderen Familie. So hatten die dann auch noch eine Option, meine Mutter kennenzulernen. Also es war auch noch irgendwie mal was ganz Neues, dass sie auch mit uns ja alle zusammen ist. Also mit seinen anderen Geschwistern. Der Mama war mit uns bei seiner Schwester zusammen. Aber es war sehr, sehr schön, dass sie mit dabei war. So musste sie ja dann nicht alleine sein, auf jeden Fall. Ähm, ja. Also es war sehr, sehr schön. Und ja, da kam ja auch dann schon Jahresende, ne. So kam es dann auch jetzt, dass jetzt 2023 ist. Silvester hat man dann ja auch nur wir beide bei seiner Schwester verbracht. War auch sehr, sehr schön. Ähm, ja. Also man kann schon sagen, das Jahr war schon sehr nervenaufschreibend, emotional und sehr viel, ja. Ja, also es waren sehr viele schöne Momente, aber auch sehr viele Tiefen, ne. Sagt man jetzt so. Ähm, ja. So viel dazu habe ich auch schon so, ja, alles sehr erwähnt gehabt. Was ja auch so in dem letzten Jahr passiert ist. Ähm, ich hoffe, ihr konntet so das alles ja verstehen, was ich ja hier so alles ja gesagt hab. Und, ähm, ja, dass ihr so ein bisschen so mitbekommen konntet, was so alles im letzten Jahr passiert ist. Ähm, ja. An sich, ja, habe ich dann auch schon sehr viel geredet. Das wird auch jetzt schon ein bisschen etwas längeres Video natürlich. Ähm, ja. Aber ich würde dann das Video hier jetzt auch beenden. Es kommen dann auch mit der Zeit dann auch noch mehr Videos. Ich hoffe, dass ich dann auch noch sehr viel mehr für euch machen kann. Und nicht nur, ja, das alles hier. Genau. Also, ja, ich hoffe, dass euch das kleine Rückblick-Erklärvideo hier gefallen hat. Falls ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abole habe ich auch natürlich gerne. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Teil dieser Community hier seid. Also, klickt euch gerne runter auf das Rote Abonnieren-Button. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Teil dieser Community hier seid. Und schaut auch gerne vielleicht auf Instagram vorbei. Da versuche ich auch immer wieder mal vielleicht aktiv zu sein. Versuche ich jedenfalls. Und, äh, ja. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und, ja. Ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal in den nächsten Videos dann wieder. Bye. Bis gleich wieder.